Mobile Patrouillen und ein Bodenteam vor uns. Ich sehe sie. Kartell? Vermutlich. Schleichen wir uns an ihnen vorbei. Mal sehen, was sie vor uns verbergen. Bleib unten zwischen den Gräsern. Wir müssen nicht kämpfen. Watcher an Bravo. Wie sieht's aus, Jungs? Unterwegs, Lasso. Kartellwachen im Einsatz. Irgendwas, wo eine Rakete drin sein könnte. Negativ. Verstanden. Weitersuchen. Ende. Warte. Zwei links. Folge meinem Laser mit deinem Thermalvisier. Verstanden. Sichtkontakt. Du nimmst einen, ich den anderen. Das war's. Saubere Schüsse. Vorrücken. Bleib bei mir. Bravo, hier Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Winterhelder. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Bestätigt. Moment. Da kommen Fahrzeuge. Siehst du das? Containertruck. Ja. Richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Bravo an Watcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Okay. Ende. Tunnel unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Ja. Nach dir. Kartelle und Terroristen. Komische Kombi, oder? Terroristen geht es um die Vergangenheit. Narcos um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Duck dich und sei unauffällig. Er ist alarmiert. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Duck dich und sei unauffällig. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Warte. Aktivität. Komm näher. Kleine Patrouille. Direkt vor uns. Warte. Aktivität. Komm näher. Versuche ihre Wege voraus zu ahnen. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Warte. Aktivität. Komm näher. Kleine Patrouille. Direkt vor uns. Versteck die Waffe, Gass. Versteck die Waffe, Gass. Versuche ihre Wege voraus zu ahnen. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Was haben wir hier? Auf der keinen Fall. Ja. Wärtsässig. Wiht siedeln. Wie? Wie? Wärtsässig. Lass mich das? Warte, da sind noch zwei. Benutze dein Thermalvisier. Ich hab sie. Du nimmst ihn, ich den anderen. Falltreffer. Wir haben's noch drauf. Wir können weiter. Gess, das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Überprüfe das Gebäude mit deinem Herzschlag-Sensor. Sicher, drinnen ist nichts. Roger. In Bewegung bleiben. Offenbar sind sie stehen geblieben. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm Ausschau. In Bewegung bleiben. Lass sie. Die verursachen nur Ärger. Baumgrenze voraus. Rüber da. Die Bäume bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Bestätigt. Watcher. Watcher. Watcher, hört. Hast du sowas schon mal gemacht? Schon oft, Sergeant. Da hast du noch Windeln getragen. Bleib fair, Kate. Wir gehen bestimmt schon aufs Töpfchen. Stimmt bis heute. Wir sehen uns deinen Tarnanzug an, wenn das vorbei ist. Deinen aber auch, Captain. Gerne. Das kommt alles in meinen Bericht, Jungs. Wir sind fast da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Wir bewegen uns entlang der Windräder auf den Kamm zu Laswar. Gut. Ihr nähert euch den Hauptgebäuden. Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen. Das Wetter ist auf unserer Seite. Nebel. Schlechte Sicht. Das und die Tarnanzüge sollten uns verborgen halten. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Verstanden. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Ihr wimmelt es von Kartelleinheiten. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Watcher, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Ich hab seinen Freund. Kompensiere zweieinhalb Striche für Geschossabfall. Erwischt. Guter Scheiß. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Er ist allein. Dreieinhalb Striche für Geschossabfall. Ausgeräuchert. Das Las Almas Kartell hat offene Stellen. Schaltet zwei auf einmal aus. Ich nehm den anderen. Vier Striche. Ein Todesfall. Krasser Scheiß. Offenbar taugt der Scharfschützenkurs noch was. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Auf dein Zeichen. Dreieinhalb Striche. Erledige ihn. Sein Freund gehört mir. Ich hab ihn getroffen. Saubere Schüsse. Abwarten. Der andere ist weg. Er gehört dir. Dreieinhalb Striche. Abgekratzt. Mieser Tag im Büro. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. Dreieinhalb Striche. Sauberer Treffer. Wir haben's noch drauf. Er ist ganz allein. Dreieinhalb Striche. Das war's für ihn. Netter Schuss. Es ist nur er. Drei Striche. Direkt ins Ziel. Vorzeitiger Ruhestand. Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Was haben Zivilisten hier zu suchen? Dieser Brutplatz ist in Betrieb. Jemand muss die Fische füttern. Er ist allein. Drei Striche. Ab ihn. Nicht übel auf dein Zeichen. Drei Striche. Na, bei der Arbeit einfach umfallen. Gut, Herr Scheiß. Zwei andere sehen ihn. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel zu treffen. Alles bereit. Eliminiert. Verdammt guter Schuss. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Er ist in Sichtwürzse. Warte auf meine Entfernungsangabe und halte vor dein Ziel, wenn es sich bewegt. Das Kartell beißt ins Gras. Er ist ganz allein. Zweieinhalb Striche. Hab ihn getroffen. Sein Tag ist vorbei. Wir sind sicher, Zeit nach unten zu gehen und einen Weg hinein zu finden. Ich geb dir Deckung. Wieso ich und nicht du, Captain? Weil ich der Captain bin und du nur, Sergeant. Bewegung. Roger. Verstanden und bestätigt. Achtung, ich erkenne keine Aktivität. Wenn sie Raketen transportieren, sind sie entweder schon lange weg oder irgendwo in diesen Gebäuden. Hoffentlich ist es letzteres. Schon da, Sergeant? Verdammt, Laswell. Es ist ein weiter Weg. Wir waren nicht alle Geländeläufer im College, Kate. Ich laufe immer noch, John. Muss nur mit dem Rauchen aufhören. Du rauchst, Laswell? Ja. Ja, meine Frau hasst es. Versuche aufzuhören. Habe ziemliche Schmacht. Wie wäre es mit einer Zigarre? Nein, danke, John. Gass, von der Rückseite des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Sie haben dich wohl nicht gesehen. Sei vorsichtig. Versteck die Waffe, Gass. Sie verlassen die Fahrzeuge. Sie finden dich nicht, wenn du dich nicht bewegst. Wenn du auf ein Feuergefecht aus bist, wirst du es bekommen. Sie tragen Panzerung. Sie lauf den Kopf, wenn du angreifst. Ich will sie sehen. Sie nay sind nicht unglaublich. Sie haben die Hälfte für die falsche Schmacht. Sie haben alle Kosten. Sie sind seine Böden, seine Böden. Sie gehören noch eine Klinikforsitung. Sie werden die Menschen in der Lage. Sie sind und die Klinikforsitung. Sie können die USA nicht in der Lage. Sie sind die USA nicht in der Lage. Sie sagen, wir sind in der Lage. Was für sie sind? Sie sind kein Gehirn. Sie sind die rememberse Hälfte. Sie sind die Mbetten. Sie sind die Kinder, die Mannschaft ausklarieren. Sie sind die Mäufe, sie sind die Hälfte, die looks. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du bist sicher? Gut gemacht, Sergeant Danke für die Hilfe, Captain Du machst die Schwerstarbeit Schön, dass es einer merkt Ist ein gutes Training Wir trainieren? Wir trainieren immer, Sergeant Das stimmt Du kannst die Straße überqueren und nach einem Weg hineinsuchen Verstanden, bin unterwegs Mehrere offene Toren, das Hauptgebäude Bin durchs Tor Verstanden Finde einen Weg hinein Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind Auf dem Dach Brauche Deckung Hier oben, Arschloch Er ist alarmiert Ach, scheiße, da kommen sie Tod von oben Tod von oben Blumenwixer. Das Dach leckt. Das Lagerhaus ist gesichert. Dieser Container ist da drin. Überprüfe ihn und durchsuche das Lagerhaus nach Hassans Raketen. Gepoppt. Heilige Scheiße. Das ist definitiv ein Außenposten des Kartells. Was siehst du? Er ist am Boden. Tonnenweise Drogen. Das Lagerhaus ist voller Waffen, Pillen, Rohstoffe. Hassan hat tiefe Verbindungen zum Kartell, aber es geht nicht um Drogen. Wir müssen die Raketen finden, wenn sie hier sind. Schüsse eliminiert. Gas, pass auf. Gepanzerte Patrouillen nähern sich vom anderen Gebäude. Einer wenig ist alarmiert. Das macht zwei. Scheiße, das kommen sie. Drei erledigt. Vier. Fünf. Zählen kannst du. Wirst du jetzt etwa frech? Ich mach nur Spaß, Captain. Wir sollten lachen, solange wir es noch können. Konzentration, Jungs. Ja, Ma'am. Komm mir nicht mit Ma'am. Ich bin immer noch schneller als du. Kein Kartell mehr im Gebiet. Aller tut euch plötzliches Loch im Kopf. Ich will wissen, ob es dort Raketen gibt. Überprüf das nächste Gebäude. Gleiches Spiel, Gas. Du kannst reinstürmen, die Oberlichter nutzen oder Trenngas einsetzen, um sie in die Flucht zu schlagen. Du hast Ladungen für die Türen, wenn du sie brauchst, Sergeant. Auf dem Dach. Brauche Deckung. Das Dach leckt. Tod von oben, Wichser. Tod von oben. Hier oben, Arschloch. Setze Trenngas ein. Bereithalten, Captain. Okay, bin bereit. Einer getroffen. Wir sind mit dem Dach. Wir sind mit dem Dach. Was zum Henker. Hier stinkt es bestialisch. Es ist eine Brutfabrik für Fische. Jetzt weiß ich, wieso du mich allein losgeschickt hast. Achtung. Das hier ist nicht wie der andere Raum. Hier gibt's wirklich Fische. Ich hab' was gefunden. Was? Blaupausen. Hinter diesem Ort steckt mehr als vermutet. Da sind Tunnel unter dem Leuchtturm. Dann sollten wir zum Leuchtturm. Wir treffen uns draußen. Verstanden. Leuchtturm. Mir nach. Das stimmt, Kate. Geh davon aus, dass das Kartell alle Kämpfer mobilisiert hat. Rechne mit starkem Widerstand. Dank des Nebels und der Tarnanzüge werden sie uns nicht kommen sehen. Erkundungsscharfschütze. Das ist dein Ding, Captain. Wie Fahrradfahren. Positionieren wir uns auf diesem Kamm. Wir müssen den Geschossfall bedenken. Bravo, Unwatcher. Wir sehen den Fuß des Leuchtturms. Positionieren uns hier. Scanne das Gebiet durch dein Visier. Variabler Zoom ist auf diese Entfernung sehr praktisch. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Wir müssen das Kartell von diesem Ziel entfernen und vorrücken. Du nimmst einen, ich den anderen. Zwei Striche. Sauberer Treffer. Guter Scheiß. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Er ist allein. Zwei Striche. Hab ihn. Noch ein toter Narko. Es ist nur er. Zweieinhalb Striche. Na, bei der Arbeit einfach umfallen. Gut geschossen. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Zwei andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um zwei mit einer Kugel auszuschalten. Auszuschalten. Er ist allein. Zweieinhalb Striche. Ziel auf den Kopf. Im Ernst, Kyle? Warst du in der letzten Zeit mal beim Augenarzt? Er ist ganz allein. Zweieinhalb Striche. Ziel auf den Kopf. Ausgeräuchert. Er ist am Boden. Erledige ihn. Sein Volk gehört mir. Zwei Striche. Abgekratzt. Wir haben's noch drauf. Geduld, Sergeant. Mehrere Kartellwachen können ihn sehen. Vielleicht teilen sie sich noch auf. Ihr Kumpel ist weg. Du ein, ich ein. Zweieinhalb Striche. Sie ziehen sich ins Innere zurück. Auf die Fenster halten. Er ist am Boden. Sie schießen zurück. Ruhig bleiben. Position halten. Das ist wirkungslos. Sie sehen uns nicht. Du rückst zum Fuß des Leuchtturms vor. Ich geb dir von hier Deckung. Ah, ich bin wieder dran. Beim ersten Mal warst du so gut. Bravo an Watcher. Sergeant Garrick rückt zum Leuchtturmgebäude vor. Bestätigt. Gas. Auf der Straße da unten tut sich was. Sie halten an und steigen aus. Sie halten an und steigen aus. Kapitän, diese Typen sind nicht vom Kartell. Das war, hörst du das? Bestätigt. Gas, sprechen Sie Arabisch? Ja. Al-Katala. Das sind Hassans Männer. Wir sind bei der richtigen Adresse. Das ist ein Schuss. Danke. Verstanden. Ich vermute, es ist Al-Qahtala, Hassans Männer. Wenn Hassan Soldaten hier hat, dann läuft irgendwas. Oder lief. Der Leuchtturm ist von mehreren Gebäuden umgeben. Geh da hin und überprüfe sie. Geh da hin und überprüfe sie. Was zur Hölle? Ich hab was. Kisten und Koffer. Alles russisch. Was ist drin? Sie sind leer. Frisch ausgepackt. Russland unterstützt den Iran. Vielleicht helfen Sie Hassan auch direkt. Das wird immer größer, John. Die Gebäude gegenüber sind noch bewacht. Sichere sie und such den Eingang zu diesen Tunneln. Okay, bin dran. Bitte was. Ich will das jetzt hören. Ich bin dran. Ich will das, schon mal was. Ich komme damit. Ich bin dran. Ja, das ist anders. Ich bin dran. 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 Doch im Dach, brauche Deckung. Hier oben, Arschloch. Spbank. Spank! Was siehst du? Raketen. Negativ. Sieht nach Wohnbereich aus. Bleib da, Gass. Ich stoße zu dir. Wir müssen einen Weg in diese Tunnel finden. Komm mal rein, Gass. Nicht feuern. Verstanden. Such einen Weg in diese Tunnel. Vielleicht hinter irgendwas an der Wand oder im Boden versteckt. Findet den Tunneleingang, Jungs. Such weiter, der Tunnel. Ich hab hier vielleicht was, Captain. Hilf mir mal, okay? Ich schiebe, du ziehst. Okay. Kate, wir haben den Durchgang. Gute Arbeit. Sieh dir das an. Jackpot. Zur Info, Boote nähern sich meiner Position. Brauchst du Hilfe? Könnten Fischer sein. Haltet euch an die Mission. Mir nach. Steige ihn ab. Kartelle lieben Tunnel. Im Gegensatz zu mir. Alter vor Schönheit, Captain. Ganz schön weitläufig. Du musst zum Wasser führen. Kate, ich bin in den Tunneln. Sie führen zur Küste. Alles okay? Die Boote nähern sich weiterhin. Bisher kein Ärger. Das gefällt mir nicht, Kate. Das gehört zum Geschäft, John. Du solltest nicht allein da draußen sein. Bin ich nicht. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Ende. Sicher. Endstation. Sieh dir das an. Ein U-Boot. Was zur Hölle? Kartelle nutzen sie für den Transport. Da passt eine Rakete rein. Gerade so. Aber das Ding schafft's nie über den Atlantik. Kate, wir sind in einer Höhle direkt vor der Küste. Keine Wachen, keine Raketen. Verstanden. Bin direkt gegenüber. Ich hab hier Probleme, John. Okay, wir kommen. Gas. Richte deine Waffe aufs Meer. Was ist los? Boote nähern sich. Sieht aus wie Alcatala. Sie haben Waffen. Kontakt! Greife an! Kate! Scheiße! Sie entern! Kate! Kate! Last one! Fuck! Scheiße, ich seh nicht, was da los ist. Sie haben sie umzingelt. Kein Ausweg. Alcatala ist an Bord. Sie wollen das Boot oder mich. Und es ist nicht. Und es ist nicht. Und es ist nicht. Und es ist das, Lama. Kutuha! 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 Laswell! Laswell! Sie ist auf dem Alcatala Boot. Sie entführen sie! Sie haben sie, Captain. Sie haben Laswell. Wir müssen verschwinden und mit Shepard reden. Na los! Wir müssen Laswell zurückholen. Los geht's. Ein Lebenszeichen. Woher stammt das? Ur-Six-Tahn. Da. Sie fahren nach Osten. Vermutlich nach Almazra. Sind Sie im Untergrund, verlieren wir Sie. Wir führen das Team an. Das werden Sie nicht tun, John. Wiederholen, General? Das ist ein Tauziehen, Jungs. Wir müssen zurück, nicht nach vorn. Seit wann? Seit jetzt. Wir schicken nicht gleich die Kavalerie. Diese Dinge brauchen Planung und Vorbereitung. Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing. Ich kann beides. Kates Leben rennt euch eine Sandtour. Ich weiß, Sie sind sauer, Captain. Es war auf Ihrer Mission. Und das ist schwer zu akzeptieren. Sollen wir Sie etwa aufgeben? Ich sage nur, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber ich halte Sie auch nicht auf. In zwölf Stunden ist Sie zurück. Sterben Sie nicht, John. Laswell würde das nicht wollen. Und ich auch nicht. General, ich dachte, Kate wäre eine Freundin. Krieg kennt keine Freunde. Er kennt nur Feinde. Viel Glück. Wir kämpfen gegen Alcatala in Ihrem Revier. Da werden Hunderte sein als Wachen für Laswell. Es fehlt eine Armee. Die kann ich besorgen. Wir kämpfen gegen Alcatala in Ihrem Revier. Stだ Game. Und jetzt wird das an tema. Und das ist ein Klette. Da� in Ihrem Leviert. Das war zögert das Beste. Ich weiß das Beste. Ich bin seit Timing. Das war äußert. Das war die vorbez unsere Bezzi sip. Okay, ich sehe sie. Du fährst zum Sammelpunkt. Wir sehen uns da. Ja, ma'am. Kapitän, die Zeit ist reif. Roger. Landung in eins. Weg. Konvoi ist unterwegs. Das geht los. Erskanden. Sind über der Landezone. Gut. Bring ihn runter und warte. Gers, du bleibst im Heli zur Überwachung. Wir arbeiten uns vor. Roger. Ich schaffe euch Platz. Holen wir Leswell. Hey, alter Mann. Hurra. Danke für die Hilfe. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und einen Freund in Not. Bereit? Alles bereit. Wir sehen uns auf der Straße. Alle Stationen. Wir sind unterwegs. Bestätigt. Verstanden. Nick. Grünes Licht. Achtung, es geht los. Punkt, Jack. Empfange. Jack. Lauft undeutlich. Der Al-Qatala-Konvoi hat uns passiert. Wir hängen uns an ihre Fersen. Bestätigt. Nick, nutze die Schlucht als Deckung. Wir haben nur eine Chance, Leswell zu retten. Roger. In welchem Fahrzeug ist sie? Al-Qatala hat sie in einem schwarzen SUV im vorderen Teil des Konvois. Zuerst greifen wir die Begleitfahrzeuge an. Dann sichern wir Leswell, bevor AQ die Grenze erreicht. Achtet auf eure Ziele. Auf der Straße sind auf Zivilisten. Kärnten. Wir sind in Reichweite. Alle Einheiten. Feuer frei. Jetzt wissen Sie Bescheid. Sie sind am Boden. Weiter vorrücken. Im Tullet-Lehm. Rodus-Schahle. Ajuda, Al-Qatala. Zwei AQ-Trax voraus. Nicht schießen, das sind Verbündete. AQ im Pick-Up. Habs nicht Kontakt. Weg zum Molotov. Ich habe sie ausgeschaltet. Gute Schüsse, Sargent. Er wird schießen. Schalt ihn aus. Ich habe sie ausgeschaltet. Wo sind die Bisse, Sargent? Scheiße, feierliche Rakete, wie sie das? Er wird schießen. Schlaf ihn aus. Kärnten, ausgeschaltet. Verdammt, der Scheiße. Vorrücken. Pass mein Pick-Up auf. Vergebündete an Bord. Verschaffen uns etwas Freiraumfahrer. Genau wie früher, Captain. Ja, ich war. Es schum auf der Yarafade. Nein! Was zum Teufel? Was zum Teufel? Mehr Akku. Zwei Flags voraus. Mies. Akku, visiert uns ein. Die Pisser sind gepatzert. Heute gegenpatzbare Reich. Nichts, für Schuss. Schuss, Leute. Okay. Wir sind getroffen. Danke. Verdammt. Scheiße! Nichts Status berechtigt. Kerstin, er ist gestürzt. Bitte was? Der Star-Tint, er ist weg. Ich bin nicht tot, Nick. Ich hänge an einem verdammten Seil. Heilige Scheiße! Zieh hoch, zieh hoch! Süßere Röbel, suche ich ja! Wer ist der Molle drauf? Scheiße, scheiße, scheiße! Geh auf, wie ist der Status? Bin ziemlich beschäftigt, Käpt'n! Höhe, kann ich nicht! Du musst dich losschneiden! Ich bin frei! Zurück in den Kampf, Sergeant! Der Konvoi hängt uns ab, wir müssen uns beeilen! Alleinheiten! Ich hab ein Fahrzeug! Der Akku-Konvoi ist noch in Sicht! Verstanden, Gers! Döne weiter die Herde aus und drängst du Lasswur vor! Ich schicke mehr Soldaten, Sergeant! Verstanden! Was ist deine Position? Wir holen auf! Sechs Hände! Wir holen auf! Du näherst dich einem grünen Laster, das sind Fahrers Soldaten. Ja, ich sehe sie. Ach, verdammt. Fahrers Freunde wurden gerade getroffen. Wir sind gekämpft hier, Sergeant. Konzentrier dich auf den Feind zu Spindelatwell. Nick, was siehst du? LMG, vor raus. Okay. – Verracken! – Verracken! Verfolge den Konvoi nach Westen. Verstanden. Bleib an ihnen dran. Wir kommen zu dir. Jeff, Nick, meine Sperre melden eine Akustrassensperre voraus. Bestätigt. Ich sehe sie. Du wirst sie rammen müssen. Durchbrechen. Töte so viele wie möglich. Machen wir ihnen Angst. Heute nicht, Jungs. Nick, ich bin durch. Verstanden, Mann. Achtung, auf der Straße, vor dem ist es los. Was so Hölle ist das? Akku setzt Minen auf der Straße ein. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Ich bringe Streichhörter mit. Minen vor raus, Sergeant. Wo kommen diese Minen her? Von einem Truck vor dir. Vorsicht! Gott! Akku trifft Zivilisten. Wir müssen diesen Truck ausschalten. Du wirst dich dem Laster mit den Minen. Bestätigt. Sergeant, nehm ein neues Fahrzeug. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Minen vor raus, Sergeant. Ich bringe Streichhörter mit. Wo kommen diese Minen her? Wo kommen diese Minen her? Von einem Truck vor dir. Vorsicht! Gott! Akku trifft Zivilisten. Wir müssen diesen... Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Minen vor raus, Sergeant. Ich bringe Streichhörter mit. Wo kommen diese Minen her? Von einem Truck vor dir. Vorsicht! Gott! Akku trifft Zivilisten. Wir müssen diesen Truck ausschalten. Du nährst dich dem Laster mit den Minen. Bestätigt. Minenproblem ist gelöst. Alle Einheiten. Was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant. Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen. Bin gerade an der Straßensperre vorbei. Gas! Captain! Alcatraz hat Verstärkung. Du brauchst mehr Feuerkraft. Hüft rein, Sergeant. Los geht's! Schön, dich all wiederzusehen. Nimm den Granatwerfer. Sergeant, der Granatwerfer gehört dir. Nimm ihn. Schweres Kaliber, Captain. Was jetzt? Wir kommen less well näher. Also ändern Sie Ihre Taktik. Inwiefern? Wir haben Sie gejagt. Jetzt jagen Sie uns. Sollen Sie nur. Sollen Sie es versuchen. Da hinten. Das ist Farah. Wir sind komplett. Bringen wir es zu Ende. Captain, Alcatraz kommt uns entgegen. Sie versuchen uns einzukesseln. Das werden wir verhindern. Sie kommen. Farah, aufpassen. Gas, greif sie mit dem Werfer an. Verstanden. Bin dran. Direkter Träffer. Direkter Träffer. Guter Schuss. Ich habe ihn erwischt. Gut gemacht. Captain, der Kondro biegt nach links aus. Wir nehmen eine Abkürzung zur Grenze. Verstanden, Nick. Bleib an ihm dran. Passt ihn hinauf. Ausschalten. Farah, bleib dran. Wir sind bei euch. Hinten ist frei. Nick, siehst du Laswells Fahrzeug? Ja, Captain. Aber das sind jede Menge Alcatraz, das sieben Euro. Überlass das uns. Verliere sie nicht, Nick. Sechs Ende. Apus' beste Soldatin bewachen Laswells. Wir kommen näher. Wir müssen uns verteilen. Gers, schnapp dir ein Fahrzeug. Wir greifen sie von allen Seiten an. Übernimm ein anderes Fahrzeug, Gers. Wir müssen uns verteilen. Gers, schnapp dir ein Fahrzeug. Gers, schnapp dir ein Fahrzeug. Gers, schnapp dir ein Fahrzeug. Oh! Feindliche Rakete. Er hat dich anvisiert, Sergeant. Er visiert dich an. Schalte ihn aus, Sergeant. Alle Einheiten! Akku setzt vor uns vor mit Drohnen ein. Verstanden, Nick. Wie ist Akku an Bombendrohnen gekommen? Major Hatan. Ich sehe sie direkt vor uns. Schalter sie schnell aus, sonst sind wir geliefert. Gäste, der Drohnenpilot ist hinten auf dem Laster. Schalten sie ihn aus! Drohnenpilot erwischt! Ach du, künstliche MTB-4-Rooms! Wir haben nicht genug Feuerkraft für einen MTB! Geh nah ran! Wenn du bereit bist, lenke ich das Feuer auf links, damit du rüber kannst! Verstanden! Verdammter Mist! Weiter, Gass! Lass dich nicht treffen! Sargent, du musst näher an diesen MTB ran! Ich bin in Position! Okay, mach dich bereit! Jetzt, Sargent! Platziere eine Ladung und verschwinde von da, Sargent! Ladungen platziert! Links, spring rüber! Gute Explosion! Gute Explosion! In der Tat! Captain, wir ernähren uns die Grenze! Okay, Nikolai, blockier sie mit dem Heli! Fiefer bei, Captain! Kontakt! Aufpassen! Lasswell und Nikolai sind vor uns! Verstanden! Lasswell ist in dem schwarzen SUV-Sumption. Los! Lasswell, nach vorne, nach vorne, nach vorne! Lasswell, nach vorne, nach vorne! Schwarzer SUV-Gass, beweg dich! Kate! Lasswell! Lasswell, weg! Kate, rüber! Nein! Gute, geh hinten hier! Kontrollieren! Sicher! Kate! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Ein Familientreffen! Sieht so aus! Fahra! Nette Mousel, Lasswell! Gleichfalls! Ihr alle! Wir sind in Al-Masra! Hier ist es nicht sicher! Abmarsch! Der Kapitän hat recht! Ihr schallt auf den Hadud! Und nicht bekämmen Al-Hrasa! Fahrer, danke! Das war ich schuldig! Es war ihr andersherum! Dann sind wir quitt! Hoffen wir auf das Glück! Bis demnächst, Captain! Schalina, nicht bleiben in Haus! Es tut mir leid! Ich konnte sie nicht... John, ist schon gut! Nein, das war meine Schuld! Ich hätte sie niemals... John, hör auf! Alles gut! Okay! Wir haben größere Probleme! In Spanien gab's keine Raketen, nur die Leitsysteme! Leitsysteme? Wo zur Hölle haben Sie die her? Russen! Und wo sind sie jetzt? An den Raketen! Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden! La Casa de Sin Nombre? No? Uno de sus Lugartenientes! Ein Kartell, Lieutenant! Ganz genau! Du leinst dazu! Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Lasalmas werden da sein! Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja! Warum treffen Sie sich? Nosotros! Lasalmas, es brennt! Und Sie wollen den Brandstifter! Sin Nombre wird da sein, ja? Keine Garantie, aber das ist die beste Chance! Nutzen wir sie! Ich hab genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen! Ich hätte Einwände! Ich mein ja nur, ein Haus ist kaum ein Problem! Wir brauchen Sin Nombre lebend! Dann... ...treffen wir uns mit ihm! Wie? Sie kriegen, was Sie wollen! Infos! Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr! Persönlich! Korrekt! Korrekt so! Einer von uns geht rein, findet den Boss und holt ihn raus! Ich tue es! Da drin bist du so gut wie tot, Hermano! Das gehört zum Job! Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden! Ich biete Daten für ein Treffen mit Sin Nombre! Und wenn er da ist, gehört er uns! Orale! Tienes huevos, Cabron! Aber alleine gehst du unter! Ich geh mit! Ich überwache euch! Shadow kreist im Heli über dem Ziel! Alles klar! Sie werden Beweise wollen! Zeig ihnen das! Ruft, wenn ihr mich braucht! Okay, dann machen wir uns startklar! Shadows auf Position! Okay, alles bereit hier! Siehe Platz zum Landen auf dem Dach! Check! Zwei Wachen im Blick am Vordereingang! Alejandro, wie läuft's bei dir? Und ein Bakkerer drinnen! Verdammt! Hast du das gemacht? Mit Gewalt! Ich sehe es ab! Moment der Wahrheit! Sehen Sie ihn? Ja, jetzt schon! Sie führen ihn ab! Der Junge hat Eier! Hoffentlich Bakterien! Hermano! Alejandro! Wie hast du... Keine Zeit! Hör zu! Gib ihnen da drin gute Infos! Lüge nicht! Sag ihnen alles, was sie wissen wollen! Sonst hibst du hier! Ihnen alles sagen? Alles! Mexikanische Speziellenheiten! Amerikanische Selle Narsedo Company! Philipp Graves! Die ganze Wahrheit! Sogar dein Name! Was ist das? Ja, Herr! Wie heißt du, Eero? Man nennt mich Soap! Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Gehen wir! Ich möchte zu Elsie in Nombre! Ah! Er möchte gehen zum Boss! Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast! Hoffentlich sind sie gut, Guero! Sonst skalpier ich dir gleich den Iro vom verfickten Kopf! Scherb dich aus meinem Aufzug! Das ist mein Haus! Das heißt... Du triffst den Boss erst, wenn ich es sage! Halt die Klappe, bis man dich fragt! Und mach's importante! Sag die scheiß Wahrheit! Denn wenn du lügst, bist du Hundefutter! Was zum Teufel wird das hier? Ich... Ich bin seit Tagen wach! Der Boss sagt keine Träume! Diego! Ich will mich nur wach halten, okay? Befeuge! Die verdammten Regeln! Der Schmerz hält dich wach! Zurück an die Arbeit! Les Helmers ist im Krieg! Du willst gewinnen? Dann gehorche! So überlebt die Organisation! Und deswegen ist der Boss heute hier! Es sin nombre ist hier unten? Nein! Sin nombre ist persönliche Sicario, ist es! Valeria! Ayo no mas! Un gringo! Setz dich! Wer ist das? Er heißt Soap. Er kam zu uns. Soap? Sicher? Und du lässt ihn rein? Einfach so? Sagt der Ratinformationen. Pendejo, die mierda! Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter! Valeria! Ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn. Und dann sitzt du auf dem Stuhl. Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an! Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann griff uns jemand an. Wer? Es war nicht das Kartell. Es waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Vorerst das Speziales. Nun, wie war es den Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten und du nicht? Vielleicht war er da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseiten unterstützt. Wer war das? Wir... Wir haben sie gehört. Einige auf Englisch. Sie waren mit Rengos, wie ihm. Amerikanische Söldner. Namens Shadow Company. Das Barqueiros arbeiten mit Söldnern zusammen. Es ist Spinsch ist wie Borras. Siehst du? Ich hatte recht. Es waren die Grengos. Hast du Beweise für diese Shadow Company im Bessil? Wie soll ich das machen? Ja. Und du? Welche Beweise hast du? Revisa Mibusio. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Ein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Philip Graves. Phil Graves. Phil Graber. Das gefällt mir. Dieser Graves. Was will er wohl? Er will die Raketen, die er transportiert. Woher weiß er das? Ihr dürft ihm nicht trauen. Ich rat's euch. Bitte nicht. Du hast uns nicht erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeit, dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben. Wir gehen nach oben. Komm schon, Guero. Damit das klar ist, wir sind noch nicht mit dir fertig. Sin Nombre wird über dich entscheiden. Besser, ihr kriegt das hin, Arschlöcher! Vamos. Da, dann. Lasst Bargeros operieren schnell. Ich bin im Penthouse bei Elsie Nombre. Wann treffe ich Elsie Nombre? Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Du wartest bei den anderen. Ich hab das Gefühl, Elsie Nombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein. Du wirst hier warten, Sub. Ich bin in der Ofrenda. Keine Störungen. Si, Herr Fett. Komm ich klar, Mann. Wir brauchen dies draußen. Bien. Gib ihm eine Maske und bewache ihn. Du lebst noch. Alejandro, du auch, Kumpel. Elsie Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Matt. Hier. Wozu eine Maske? Manche hier sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Dann mal los. Ghosts sind drin. Wie sieht's aus? Elsie Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Daraufzubringt uns Kien. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Auf Ränder. Zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Ich komme so oder so nach oben. Cuidado, hermano. Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dies. Was ist in der Garage? Keine Ahnung. Aber es ist wie es dies für Diego. Finden wir Elsie Nombre und erledigen wir das. Ende. Ich habe eine Flasche. Nützlich, um die Wachen abzulenken. Unterkter, wie ihr seid? Du 하estst, Friend. Das ist Our preserving. bar? Ich habe nichts. Ich habe nichts risiko verса. Entend mir. Seid ihr? Kaya are we for isso? Dritterizzy nicht. Ten jeden wir mit. Kaya are wir mit dem happen. Es ist interessant, es curioso. Acompáñame. Si.